Yo Leute, was geht? Herzlich Willkommen hier zu CakeTV Uncut. Ja, Rianico ist heute halt richtig, richtig schlecht drauf einfach. Also der kritisiert heute alles, was geht. Geiler Typ auf jeden Fall. Props, Digga. Also dich hab ich wirklich gerne als Zuschauer auch hier. Du bist der Monte für Weird Flex jetzt schon, ja. Er hat nämlich jetzt vor einer Stunde ein neues Video hochgeladen. Geschlechtsseutrale Erziehung, ich kann das nicht mehr und das ist natürlich perfekt, ne. Willkommen zurück meine Talks zwischen Saiyajins. Heute geht's um das Thema genderneutrale Erziehung. Dafür schauen wir uns eine Dokumentation von Roporta an, zum Glückliche Y-Kollektiv. Und ich gebe euch meine Meinung dazu ab. Ich werde viel mit Humor reagieren, also bitte bleibt respektvoll in den Kommentaren. Damit ihr wisst, worauf wir uns hier einlassen, schauen wir uns doch mal kurz die Kommentare zur Doku an. Ich bin fassungslos, bitte schützt eure Kinder vor solchen Erwachsenen. Großes Dank an meine Eltern, dass mir sowas erspart wurde. Unfassbar dankbar dafür, in einer normalen Familie aufgewachsen zu sein. Es geht den Eltern ja nicht um die Kinder, sondern ihre eigene Identität. Und sie benutzen das Skin für ihren Standpunkt. Absolut verachtenswert. Und damit starten wir mit positivem Mindset in die Doku. Nova ist fast vier. Oh ja, Digga, das haben wir damals im Stream, glaube ich, auch geguckt, ne. Nicht als Mädchen oder Junge auch. Sondern als Saiyajin. Das ist ja für uns auch so ein bisschen geschlechtsoffen begleitend, dass wir so alle Pronomen, alle Geschlechter anbieten. Hast du auch eine Lieblingsfarbe, Nova? Ja, rosa und pink. Aha, sie mag also rosa und pink. Kann es sich doch um ein Mädchen handeln? Das heißt, das biologische Geschlecht spielt für Novas Aufwachsen eigentlich gar keine Rolle. Und sogar den eigenen Namen hat sich Nova selbst ausgesucht. Boah, ich weiß nicht, Digga. Ich finde sowas, finde ich so schrecklich. Also keine Ahnung. Zum Beispiel wir erziehen Noah auch neutral. Also keine Ahnung. Wenn wir jetzt in den Spielzeugladen gehen, dann sag ich nicht, ja, du musst auf jeden Fall Lego nehmen, weil das ist für Männer oder für Jungs. Sondern er kann sich auch eine Puppe aussuchen, wenn er will. Er hatte sogar mal, wie mit eins, glaube ich, so einen Puppenwagen. Aber er hat halt zwei Monate mitgespielt und dann hat er es einfach in der Ecke liegen lassen. So, weiß ich nicht. Wenn er einen Spielzeugladen haben möchte, kann er den auch haben. So, ich verstehe halt dieses Übertriebene einfach nicht. So, zum Beispiel Noah feiert halt wirklich einfach nur Jungs Sachen. So, der, weiß nicht, spielt Fußball. Ja, so kämpfen halt, so toben einfach beispielsweise. Und das ist doch auch legitim. Wenn er das für sich selber entscheidet, dass er das machen möchte, dann ist es doch auch absolut in Ordnung. Aber dieses so, ja, man muss aber zu 100 Prozent komplett neutral sein, das ist halt so dämlich. Gib deinem Kind doch einfach alle Möglichkeiten und lass ihn als Kind dann einfach so werden, wie er möchte. Anstatt das so in den Vordergrund zu drücken. Dick, als ob Kinder nicht schon genug damit zu tun haben, irgendwie zu wachsen, müssen die sich damit dann noch auseinandersetzen. Den eigenen Namen selbst ausgesucht? Hätte ich mir mit vier meinen eigenen Namen ausgesucht, würde ich jetzt Kacker heißen, oder? Ich würde Cornelius heißen. Ich wollte als Kind mal Luigi heißen, Digga. Luigi, auch geiler Name. Kakarott. Wenn ihr mich fragt, sind die Eltern dafür verantwortlich, dem Kind einen Namen zu geben? Und da sollten sich die Eltern nicht vor der Verantwortung drücken. Aber wie hat sich jetzt das Kind den Namen ausgesucht? Wir hatten Nova einen geschlechtsneutralen ersten Namen gegeben und einen zweiten schlechtsspezifischen. Und dann aber halt eigentlich so drei Varianten irgendwie, so Nova, Noah, Nora, so einfach nochmal abgewechselt. Und am Anfang hat Nova dann No-No gesagt, weil es halt einfach alles nicht ging. Dann haben wir es auch teilweise übernommen. Naja, hier stellt sich mir die Frage, wie hat denn Nova selbst entscheiden können? Aber, genau, dann haben wir nochmal gedacht, okay, aber vielleicht ist es nicht genau das, weil, nur weil es jetzt sprachlich nicht ging. Finja und Jule haben Nova also verschiedene Varianten. Ja, ich finde das so schlimm, Digga, wirklich. Als Vater finde ich das so unfassbar schlimm. So, vor allem, guck mal, das Ding ist, muss ich auch dazu sagen, so dieses ganze Geschlechterding, das verstehen Kinder ja per se erstmal so gar nicht. So, das ist ja, die checken das ja nicht in ihrem Kindergehören, logischerweise. Ronin, danke schön für den Prime-Sub. Und das dann schon so in den Vordergrund stellen, ist halt so unnötig. Das Kind kann eh nichts davon anfangen. Bruder, mit dem Namen, woher, das Kind versteht doch gar nicht, dass Nova neutral ist, Nora ein Frauenname und Nora ein Männenname. Digga, woher soll das Kind das wissen? Von Novas Passnamen zur Auswahl angeboten. Und dann hat Nova selbst entschieden. Sie hat wahrscheinlich einfach Ja gesagt oder genickt, weil sie gar nicht verstanden hat, worum es ging. Und woher soll sie eigentlich wissen, was genderneutral heißt oder was Pronomen sind? Das wissen nicht mal viele Erwachsene. Wie gesagt, hätten mich meine Eltern mit vier gefragt, wie ich heißen würde, würde ich jetzt Kaka oder Gönnjamin Blümchen heißen. Wollen wir uns doch mal mit Pronomen vorstellen? Klar, ich heiße Vegeta und meine Pronomen sind Prinz und eure Majestät. Und ab und zu teste ich das Pronomen Weltmonarch. Genau, ich heiße Jule und ich benutze die Pronomen Siegel. Ich bin Finja und ich benutze keine Pronomen. Ich bin Tim und ich benutze eben das Pronomen R. Magst du mir einen Frau? Wollen wir kann man denn kein Pronomen benutzen? Man sagt ja, das ist der, die Finja. Na gut, das ist Finja. Ist da welches Pronomen wir benutzt? Oder soll ich sagen, was du häufig präferierst? Genau, wir können nur widersprechen, aber häufig sagt Nova, was Nova keine Pronomen benutzen möchte. Ey, die Stelle, wo das Kind einfach nur guckt und 5 Sekunden nichts sagt. Also spätestens jetzt merkt man doch, dass das Kind keine Ahnung hat, wovon die reden und nicht mal weiß, was Pronomen sind. Und er oder sie interpretiert jetzt Nova's Schweigen einfach als, ja, sie möchte keine Pronomen benutzen. Und ich denke, dass man im Alter von 4 sich gar nicht für die Themen Geschlecht oder Pronomen interessiert. Das ist für eine 4-Jährige einfach egal, die wollen einfach nur mit Spielzeug spielen. Wir sprechen ja jetzt sozusagen auch nicht über das biologische Geschlecht von Nova, das spielt im Prinzip keine Rolle. Also man kann biologisch messen, welche Organe, welche Chromosomen, welche Hormone ein Mensch hat. Aber Geschlecht ist ein soziales Konstrukt. Das lässt sich nicht abmessen, sondern das lässt sich nur zu Wort und einsortieren. Ja, ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, was bei sowas falsch laufen muss, sag ich dir ganz ehrlich, keine Ahnung, das ist so... Und es kann sich auch verändern, genau, also es kann auch sein, dass... Guck mal, ich verstehe es einfach nicht. Warum kann man als Mensch nicht einfach Mensch sein und das Geschlecht ist vollkommen egal? Warum können wir nicht diesen Status in der Gesellschaft haben? Ich verstehe es nicht, Digga, ich verstehe es wirklich nicht. Digga, sei doch als Mensch einfach wie du möchtest, aber hör auf, das so in den Vordergrund zu stellen. Es ist doch vollkommen egal, ich muss mich doch nicht weiblich fühlen, um mir ein Kleid anzuziehen. Ich kann doch einfach so ein Kleid tragen, wenn ich da Bock drauf habe. Das ist ganz klar, jetzt gerade ist kein Geschlecht oder nicht binär und später ganz anders. Naja, biologisch lässt sich das Geschlecht ja schon einordnen. XX- oder XY-Chromosomen. Oder auch anhand der körperlichen Merkmale oder beispielsweise Hormone. Männer haben mehr Testosteron, Frauen mehr Östrogen. Aber ich frage mich, wovon sie hier redet, wenn sie sagt, es kann sich verändern. Also biologisch verändert sich hier nichts. Ich kann aber verstehen, wenn sie das Gefühl meint, wenn sie sagt, ja, man fühlt sich jetzt im falschen Körper. Keine Beleidigung im Chat übrigens, ne, ich halte dich mal, aber... Ich frage mich, wie es da der Vierjährigen geht. Und jetzt wird hier eine interessante Liste eingeblendet, die wir uns mal genauer anschauen. Also, Geschlecht entwickelt sich... Folgende Punkte sollen hier nicht diskutiert werden. Und darauf aufbauen wollen wir gemeinsam weiterlernen. Digga, es ist halt... Also jetzt mal Realtalk, das Kind tut mir so leid, Digga. Das Kind tut mir wirklich... Das Kind tut mir wirklich... Es tut mir so leid, ehrlich. Also, Rassismus, Anerkennung, dass eins rassistisch ist... Warte mal. Anerkennung, dass eins rassistisch ist und die Gesellschaft strukturell rassistisch ist. Hä? Dass eins rassistisch ist? Was denn? Geschlecht nur wird nicht geschlechtlich gelesen, wenn es zu schwer ist, als Mädchen einlesen, Digga. Transweinigkeit. Geschlecht ist kein Konstrukt. Es gibt keine weibliche, männliche Körperform. Chromosomen, Intimbausätze, Hormonlevel. Achso, es gibt gar keine Chromosomen, ja. Ach, Digga, dann, das ist ja... Das ist ja wirklich... Das ist ja echt gut zu wissen. Also, das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen neu. So, aber es gibt einfach... Es gibt einfach gar keine Chromosomen, Digga. Perfekt. Und Intimbausätze. Digga, allein das Wort. Digga, stell dir vor, du klärst dir eine Vibe, Alter. Weißt du, mach dir so rum. Oh, Digga, zieh die Hose raus, Alter. Zeig mir jetzt mal deinen Intimbausatz, Alter. Oh, ja. Das ist also ganz... Jetzt also no joke, ja. Also, ich bin wirklich eigentlich immer dafür, die Kinder bei den Eltern zu lassen, auch wenn ich Sachen anders machen würde. Aber das ist so eine... Na gut, gibt viele Familien, wo ich die Kinder rausnehmen würde. Sind wir mal ehrlich, ne. Gibt viele, die hier kein Scheiße bandeln. Aber da, Digga, da muss doch das Jugendamt mal eingreifen. Das Kind muss doch da raus, Alter. Aus den biologischen Anlagen, sondern zum Beispiel auch aus Erfahrungen im Leben. Safer Space. Folgende Punkte sollen hier nicht diskutiert werden und darauf aufbauend wollen wir gemeinsam weiter lernen. Rassismus-Doppelpunkt. Anerkennung, dass eins rassistisch ist und die Gesellschaft strukturell rassistisch ist und da oben steht weiß christlich sozialisiert. Heißt das jetzt, dass jeder, der weiß und christlich ist, automatisch rassistisch? Also irgendwie werde ich aus dem ersten Punkt nicht schlau. Geschlecht. Noah wird nicht geschlechtlich eingelesen, wenn das zu schwer ist, als Mädchen einlesen. Also ich gehe davon aus, dass sie biologisch ein Mädchen ist. Und ich finde das irgendwo schon wichtig, zum Beispiel, wenn es zum Arzt geht. Denn Jungs und Mädchen werden ja beim Arzt anders behandelt. Männer und Frauen kriegen ja andere Dosierungen bei Medikamenten. Transfeindlichkeit. Geschlecht ist rein konstruiert. Es gibt keine weiblich-männliche Körperform, Chromosomen, Intim-Bausätze, Hormon-Level. Moment, bin ich jetzt also transfeindlich, wenn ich sage, es gibt schon weibliche und männliche Körperformen? Ich meine, die gibt es ja anscheinend. Und auch der Intimbereich sieht hoffentlich anders aus. Bin ich jetzt transfeindlich, wenn ich sowas sage? Ich meine, das sind ja biologische Fakten. An der Stelle sage ich immer Leben und Leben lassen. Stichwort Klamotten. Nova möchte mit uns jetzt gern spazieren gehen und sucht sich die Kleidung dafür selbst aus. Das ist manchmal halt etwas wild gemischt. Ich weiß nicht, ob wir die alle übereinander kriegen. Das Klamotten schon. Ja? Hast du denn da von coolen Pullover? Jetzt sucht sie sich auch noch die Klamotten selber aus. Einfach zehn Oberteile ausgesucht, die jetzt alle angezogen werden müssen. Stellt euch mal vor, es wäre Sommer und sie zieht die jetzt zehn Oberteile an. Ich meine, das ist auch nicht mehr ganz gesund. Zum Glück musst du... Also ich weiß nicht. Noah darf sich, wenn er Bock hat, ich frage ihn auch jeden Morgen, wenn er bei mir ist, ob er sich die Sachen selber aussuchen möchte, die er trägt, ja. Weil ich finde, das gehört halt irgendwo dazu, auch selbstständig zu werden, dass man solche Sachen selber entscheiden darf. Warum soll ich das entscheiden? Aber ich sage ihm halt auch so, keine Ahnung, ein T-Shirt, eine Hose, eine Unterhose, Socken beispielsweise. Also ich würde ihn jetzt nicht mit drei Pullovern rumlaufen lassen. Digga, das ist halt, also... Ich wollte auch sagen, das Kind wird safe mal ein AfD-Verstand irgendwo. Ey. ...de ich mit vier nicht solche Entscheidungen treffen, sonst wäre ich mit vier wahrscheinlich mit einer Socke auf den Kopf rumgelaufen. Hast du auch eine Lieblingsfarbe, Nova? Rosa und Pink. Rosa und Pink, cool. Was höre ich da? Rosa und Pink? Kommt da etwa das biologisch-weibliche aus ihr heraus? Angela hat zum Beispiel beobachtet, dass Nova in der Kita manchmal mit Entscheidungen überfordert war. Was muss dieses Kind alles so entscheiden? Ja. Was möchtest du anziehen? Wie möchtest du heißen? Danke, stellte Verlierer. Wie möchtest du sein? Was möchtest du essen? Möchtest du in den Kindergarten oder nicht? Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Kinder auch Erwachsenenführung brauchen und Anleitung brauchen und Orientierung brauchen. Ich denke auch, dass wenn du dem Kind alle Entscheidungen überlässt und es gerade mal vier Jahre alt ist, dass es dann einfach überfordert ist, dem Kind... Also funktioniert halt Kindsein einfach nicht. So, Kinder brauchen halt so eine Leitung. Ja, die sollen halt auch selbstständig werden. Die sollen auch Sachen mitentscheiden. Aber halt in einem gewissen Maße. Wird es ja mit Sicherheit schwerfallen, Pros und Contra jeder Entscheidung abzuwägen, bevor es eine trifft. Ich meine, ich selbst kenne viele Menschen, die schon erwachsen sind und immer noch keine Entscheidungen treffen können. Ich bin nicht so ganz sicher, ob ich es so neutral extrem gut finde. Weil es ganz wegzulassen ist so das andere Extrem, meiner Meinung nach, zwischen... Also mir fehlen so ein bisschen die Zwischentöne, doch tatsächlich. An sich denke ich auch nicht, dass etwas dagegen spricht, sein Kind genderneutral zu erziehen, wenn es um Klamotten etc. geht. Aber wenn es darum geht, wichtige Entscheidungen zu treffen, die auch die Zukunft beeinflussen können, wie einen Namen geben, dann sollten definitiv die Eltern das Ruder in die Hand nehmen. Es gibt oft die Kritik irgendwie, ja, aber was hält sich da Nova noch fest? Es gibt so viele Sachen, wir betonen dann, okay, welches Hobby machst du gerne? Dann ist es das etwas, was Nova irgendwie ausmacht. Oder genau, einfach irgendwelche Spielzeuge, Farben. Also es gibt so viele Sachen, wo Nova weiß, ja, das ist mein... Was macht dich aus? Mach ich mal großer. Eins, damit hab ich zu tun. Sie definiert sich also durch Hobbys, Spielzeug und Farben. Eigentlich genau wie jedes andere Kind. Also wozu dann noch die Pronomen? Die es im Alter von vier sowieso nicht versteht? Also unabhängig davon, ob Nova jetzt cis oder trans sein wird, hilft es halt auch anderen transkindern. Das ist uns ganz wichtig. Deswegen wünschen wir uns auch mehr. Also transkinder und transkinder haben eine richtig schwere Kindheit und Jugend und erfahren sehr viel Gewalt. Digga, wie du dein Kind erziehst, bringt einen Scheiß, Alter. Es bringt was gegen Transfeindlichkeit, wenn du dein Kind einfach offener ziehst und ihm von Anfang an klar machst, dass transsexualität und auch homosexualität und alles, was irgendwie nicht, sag ich mal, so Normalität in der Gesellschaft ist. So, ihr wisst schon, was ich meine, so dieses weiße, heterosexuelle Cis. Wenn du sagst, dass es diese ganzen Lebensrealitäten gibt und dass es genauso in Ordnung ist, wie, keine Ahnung, heterosexuell zu sein und dass du niemanden deswegen diskriminieren darfst. Und wenn du mitkriegst, dass dein Kind irgendwen diskriminiert, weil er trans ist, ihm halt eine Strafe gibt. Und ihm beibringst, dass er das nicht machen soll. Was bringt das einer transsexuellen Person, wenn du dein Kind so erziehst, Alter? Wenn wir alle ein bisschen offener mit dem Thema umgehen würden, würde es allen Kindern helfen. Muss man jetzt als Kind wirklich genderneutral erzogen werden, damit es offener für andere Kinder ist? Kinder, die geschlechtsspezifisch, also in unseren Augen, normal erzogen worden sind, können ja auch offen sein. Dazu muss man seinem Kind sowas wie Anstand und Respekt nahe bringen. Was ich absurd finde, ist, dass sie ihr Kind hier genderneutral erziehen. Aber ich habe noch nie eine Familie gesehen, bei der das Geschlecht eine noch größere Rolle gespielt hat. Ich wette, in zehn Jahren sitzt das Kind bei Leroy. Wie ist es, genderneutral aufzuwacken? Ja, mein Digga, same. Das war's mit dem Video. Schreibt mal in die Kommentare. Wie geil wäre das? Wie geil wäre dieses Video bei Leroy? Wie ist es, genderneutrale Zunge zu werden? was ihr von genderneutraler Erziehung hält. Liked das Video für den Algorithmus und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ganz wichtig, bleibt respektvoll in den Kommentaren. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja, sehr gutes, sehr, sehr gutes Video auf jeden Fall. Ja, Digga, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir haben ja schon die ganze Duke auf jeden Fall mal geguckt. Oh, das ist wieder dumm. Jetzt habe ich so Bock, da auch ein Video zuzumachen. Wirklich, was triggert mich so unnormal? Intimbau-Sätze. Digga, Intimbau-Sätze, man. Das ist wirklich, also das, weißt du, so wie ich, oh man, ich würde gerne mal wirklich ein Interview mit so Finja zum Beispiel da drehen oder so und mal wirklich. Also ich würde mit denen wirklich mal gerne reden und versuchen, ruhig zu bleiben, einfach nur um zu gucken, wie kann man denn sein Kind so erziehen, das tut mir sowas von im Körper weh. Unfassbar, Digga, wirklich unfassbar einfach. Ah, ja.